Hehehehe Ich habe die Uhr. Ja, das erste Mal, als ich auf die Uhr gucke. Bevor ich anfange zu spielen. Und yeah, es war gerade alles so toll und ich springe sofort in den ersten Gene. Komm, bringe ich um. Lass uns eben umbringen. Ja, jetzt wo ich umgebracht werden will, schießt der Arschgeier erstmal mit mir vorbei. So. Jetzt kann es losgehen nach diesem motivierenden Screen. Yeah. Go, 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 go. Wir wollen eben den Teufel in den Arsch drehen und... Ja, dieses Let's Play. Vielleicht schaffen wir es in 20 Parts. Das wäre so Oberknüller-mäßighaft. Ja, das wäre super schön. Ich muss hier wieder erstmal reinkommen, ey. Mein Gott. Ein Game Pit in der Hand. So. Obwohl ich heute die letzten Parts erst aufgenommen hatte. Ach, ficken ey, nein. Jetzt fängt das so immer an. Naja, vielleicht finden wir wieder später am Ende die Rüstung. Boah, cool. Gut ausgewichen. Ich habe wieder so eine komische Laune. Ich weiß auch nicht. Ich starte einfach so. Ich sitze in mein Zimmer. Ich denke... Ah, nicht der Let's Play Part. Und, oh Gott, drüber springen. Ah! So. Und bevor ich mich versehe, bin ich dann immer schon am PC und zocke. Ohne Uhr... Ohne Ahnung, was ich überhaupt sagen soll. Ich bin einfach schon da. Und... Ja. Oh wehe. Oh Gott, Mann. Nee. Verdammt. Okay, den zweiten Orglass, den haben wir hier bis jetzt fast immer in Ruhe gelassen. Das sollten wir jetzt auch machen. Yeah. Ich weiß nicht, ob wir im vierten Level sind oder... Ach Gott, Mann. Nee, bringt mich um, ey. Ich hätte schon keine Lust mehr. Komm, Jumping Jack. Schön. Dann verwandle ich mich zu ihm. Nur ohne Latzhose. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dala. Ja, ich würde auch schon gerne ein nächstes Let's Play machen. Das Spiel hängt mir echt schon zum Hals raus. Das sind zwar erst 20 Parts, aber trotzdem hängt es mir jetzt zum Hals raus. Letztlich etwas neu spielen hier. Abwechslung. Dies... Es ist zwar ganz ulkig und... Tralala, trili, trlululululululululululululua. Aber trotzdem... Oh Gott. Und Haken! Komm her, Groblin! Oh, alle vernichtet! Ja! Der Weg steht uns offen. Ohne Gegner! Yeah!!! Okay. Hier fällt mir diese scheiß Axt runter. rübergeschammt und weiter geht's. Oh, die Musik, ey. Oh Gott, die ist schnell vorbei. Oh, sonst kotzt es uns dran. Ja, jetzt haben wir ihn beschäftigt und können jetzt hier hoch und besiegen den hier. Los, komm, 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 komm. Bitte nicht schießen, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Okay, er ist weg. Oh, wo kommt der denn her? Die tauchen auf, wie sie wollen hier. Die Wolken sehen außerdem aus wie Augen. Falls ihr es überhaupt so gut erkennen könnt. Ja, kackt da hin. Wo ich da nicht bin. Geh weg da. Oh ja, sauber. Und los geht's. In den Arsch schießen, in den Arsch schießen. Los, 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 los. Gut. Dann wären wir auch schon fast beim Dämon. Äh, Teufel. Ich krieg's auch nicht hingeschissen. Hässlicher Geist. Gut. Sprung wäre auch geschafft. Und einmal abschießen und weglaufen. Okay. Äh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ach Gott. Wir sind gleich da. Hooray. Der Geist ist weg. Und jetzt los. Jetzt geht's zum Dämon. Komm. Zeig dich. Ach komm. Scheiße. Wirst du die Rüstung schon so dämlich verlieren? Oh, komm. Schaffen wir das? Oh, ich möcht's schaffen. Ja. Ja. OMG. OMG. FR3AK. FR3AK. Yeah. Oh, mein Herz. Oh, geil. Endlich weiter. Oh, schön. Schön in den Arsch getreten. Jetzt kommt der letzte und leichteste Teil im Spiel. Oh Gott. Wir sind immer noch nicht in Level 5 fertig. Was soll der schmachen? Aber erstmal save state. Nicht load. Oh Gott. Ah, sieht ja super aus. Naja. Das schaffen wir. Oh Gott. Was waren das für grüne Viecher? Ah, bleibt jetzt play. Ähm. Hust. Nee, den Dolch behalten wir. Aber schön, dass wir jetzt auch wieder... Dass uns jetzt auch wieder eine Waffe angeboten wird. Jetzt wo wir... Oh, das geht's. Komm, der kann doch nichts. Okay. Der wäre geschafft. Was geht hier los? Sind wir schon am Ende des Spiels? Ich hab keine Ahnung. Oh, das ist ein Drache. Super. Äh. Wir haben es gesehen. Oh, ein Schild. Was soll der Scheiß? Was ist ein Schild? Wow. Was? Wir können Schilder werfen? Was zum Teufel? Seit wann kann man Schilder werfen? Man kann sie schon lange werfen, glaube ich, aber... Eine Waffe? Schilder? Oh Gott. Was macht der denn da? Ah, den kommen wir einfach nicht zu nahe. Ja, klar. Erdbeere. Als ob ich auch darauf Bock hätte. Wir haben gerade den neuen Schild und den wollen wir auch behalten. Ah, fuck, ey. Nein. Ah, der ganze Weg ist von irgendwelchen hässlichen Gegenständen gepflastert. Ah, wir haben noch vier Minuten. Hui, 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 hui. Da kann ich noch viel reißen. Ich mach mal Safe State. Weil ich das Ding so mag. Den Schild. Ich hab keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie eine Special-Waffe ist. Ist die irgendwie gut? Ich weiß nicht. Schilder werfen? Hä? Ah, das sehen wir ja noch. Äh, erstmal Safe State hier. Und los geht's. Okay. Sie haben keine Weite, Reichweite. Und ob wir diesen Ogre da oben schneller besiegen, mal sehen. Wenn nicht, dann nehmen wir uns diese Lanze da einfach. Die sieht auch ganz cool aus. So. Oh, da, göttlich. Werdes gesagt. Okay, hauen wir einfach ab. Haha. Dieser Idiot kommt nicht uns hinterher. Ähm, ja, wir können Angriffe reflektieren mit unserem Schild. Oh Gott, und da kommt schon wieder ein Schild. Ah, wieso müssen wir jetzt hier gegen die ganzen Endgegner kämpfen? Ja, toll. Der Endgegner stirbt, wie auch. Okay. Wie war ich eigentlich? Ach, das Spiel macht Spaß. Oh, jetzt macht es wieder Spaß. Oh, super, super. Warum nicht gleich so? Äh, ich... Warum nicht gleich so? Also, ich hab's Gefühl, wir sind jetzt erst in Level 5. Yo, wir sind erst jetzt in Level 5. Nach meinen Berechnungen zu... Urteilen. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm, rück mich nicht so auf die Penne, du hässliche Ogre. Mit... 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 Mit Tideslip. Alter! Zieht das eigentlich überhaupt irgendwas ab? Hä? Äh, ich nehm wieder die Lanze. Schmarrn ist das. Weil, irgendwie hab ich das Gefühl, den Schild können wir sowieso jetzt immer aufheben. Wohl brauchen wir den Schild? Die Story? Den letzten Boss besiegen und so? Ach, keine Ahnung. Wir nehmen uns die... Retro-mäßige erste Waffe, die Lanze. Tchou. Ja, die läuft. Falls nicht, heben wir den Schild... Äh, den Schild... Heben wir dann wieder auf. Komm, das erste Mal haben wir auch, glaub ich... Oh! Was herrscht jetzt auf einmal für Rempel-Attacken? Naja. Hm, der wär besiegt. Den Schild heben wir jetzt einfach mal erstmal nicht auf. Falls er wieder auftauchen sollte. Komm, yo. Laufen wir einfach weg. Oder auch nicht. Laufen wir in den Fraßmaul des Gegners hinein. Ach man, ey, ich möchte jetzt schon wieder weiterspielen. Der erste Part zu ändern und ich spiele auch, glaub ich, gleich einfach weiter. Wie vorhin. Dort nur wieder assig lange, bis alles gerendert ist und bis ich das hochstellen kann, aber... Mein Gott. Das interessiert mich, das Ganze hochstellen. Ich möchte weiterspielen erstmal. Äh, ah ja, die Zeitbegrenzung ist fast erreicht. Wir können erstmal die Gegner hier ausschalten. Äh, so. Können wir noch ein bisschen rumtanzen. Ule, 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 ule. Die hatten wir noch nie. Und können wir da rauf? Nein. Okay, ähm, gut. Wir sehen uns gleich wieder. Hier, Linky ist draußen. Eeeeee. Eeeeee.